Okay Mark, du schaffst es. Du sagst es ja ganz genau so, egal was passiert. Wir gehen heute nicht zu Ikea. Wir haben keine Zeit, das ist Zeitverschwendung und mir ist egal, was du dazu zu sagen hast. Mir ist es egal. Wir machen, was ich sag. Ich bin der Mann. Wir genügend. Genau so, nicht anders. Los!